Herzlich willkommen zu einem Video-Tutorial der Universitätsbibliothek Klagenfurt. In diesem Screencast zeigen wir Ihnen, wie Sie im Bibliothekskatalog SURF at UBK Ihre Suchanfragen mit Hilfe von sogenannten Bullschen Operatoren anpassen und Ihre Recherche präzisieren können. Folgende Bullschen Operatoren können für die Verknüpfung der Suchbegriffe verwendet werden. UND, ODER sowie NICHT. Auch die englischen Schreibweisen AND, OR sowie NOT können verwendet werden. Bitte beachten Sie, dass Bullschen Operatoren immer in Großbuchstaben geschrieben werden müssen. Andernfalls werden sie wie normale Suchbegriffe behandelt. Werden zwei Suchbegriffe mit UND verknüpft, werden Ergebnisse gefunden, in denen beide Suchbegriffe gleichzeitig in jedem Treffer vorkommen. Gibt es für einen Suchbegriff auch synonym verwendete Begriffe, können mit Hilfe des Operators ODER Ergebnisse gefunden werden, in denen entweder der eine oder der andere Suchbegriff oder auch beide gemeinsam vorkommen. Der Operator NICHT kann verwendet werden, um bestimmte Begriffe von vornherein auszuschließen. Es werden Ergebnisse gefunden, in denen nur der erste, nicht aber der zweite Suchbegriff vorkommt. Ausgangspunkt für Ihre Suche ist die Startseite von SURF at UBK mit dem Eingabefeld Alles durchsuchen. Alternativ können die Bullschen Operatoren auch über die erweiterte Suche gewählt werden. Wählen Sie den entsprechenden Button Erweiterte Suche, danach aus dem Dropdown-Menü UND, ODER sowie NICHT. Wählen Sie bei Bedarf eine neue Reihe hinzufügen. Möchten Sie nicht von der erweiterten Suche Gebrauch machen, kehren Sie über den Button Einfache Suche zum Eingabefeld Alles durchsuchen zurück. Geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe ein, zum Beispiel Wissenschaftliches Arbeiten. Bitte beachten Sie, dass bei einer einfachen Eingabe der Suchbegriffe grundsätzlich eine logische UND-Verknüpfung zwischen den eingegebenen Suchbegriffen angenommen wird. Um auch Treffer mit Wissenschaftliches Schreiben zu erhalten, kann die Suche mittels ODER erweitert werden. Suchen Sie nach Wissenschaftliches Arbeiten oder Wissenschaftliches Schreiben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Enter-Taste oder wählen Sie das Lupen-Symbol. Sie erhalten Treffer, in denen wissenschaftliches Arbeiten und oder wissenschaftliches Schreiben sowie die Suchbegriffe Wissenschaftliches Arbeiten sowie Schreiben vorkommen. Wie nach Wissenschaftliches Arbeiten als zusammengehörige Einheit und anderen Phrasen gesucht werden kann, zeigen wir Ihnen in einem weiteren Tutorial. Um Ihre Suche einzugrenzen, fügen Sie Ihre Suche UND-Studium hinzu. Setzen Sie gleichzeitig wissenschaftliches Arbeiten oder wissenschaftliches Schreiben in runde Klammern, um eine Reihung bzw. hierarchische Ordnung vorzugeben. UND-Studium bezieht sich also auf die Inhalte der Klammer. Durch Absetzen dieser Suche erhalten Sie rund 6000 Ergebnisse, in denen mindestens ein Wort aus der Klammer UND-Studium in allen möglichen durchsuchbaren Feldern vorkommt. Um beispielsweise Suchergebnisse mit Beruf auszuschließen, kann die Suche mit Nicht-Beruf ergänzt werden. Bitte beachten Sie, dass der Operator Nicht- auch für Sie relevante Treffer ausschließen könnte. Durch die Verwendung der Bullschen Operatoren wurde die Recherche präzisiert und die erhaltene Treffermenge eingeschränkt. Noch mehr Suchtechniken zeigen wir Ihnen in weiteren Screencasts. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg!